Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Wargame European Escalation. Jawohl, so, ich bin in einer neuen Aufnahme-Session hier und habe ja beim letzten Mal den Flugplatz Alstädt belagert, kann man sagen. Und da wollen wir jetzt weitermachen in der Mission. Genau, so, laden wir mal. Genau. So. Jawohl. Okay, ich verschaffe mir nur mal einen kleinen Überblick nochmal. Genau, wir haben ja hier die Sektoren befreit vom Gegner. Lima haben wir ja. Ähm, jetzt geht es noch da drum, säubern sie das Gebiet hier, äh, um Mittelhausen und Wolferstedt. Genau, so. Dieses Nachschubgebiet haben wir eingenommen und das nächste nehmen wir hier glaube ich auch schon ein, genau. Und zwar Alstädt. Und wir haben schon überall hier ein paar Einheiten positioniert, dass die Gegner uns hier nicht, ähm, diese Gebiete wieder abluchsen. Es geht jetzt da drum, wie gesagt, diese zwei Ortschaften hier zu sichern und, genau, Ziel Foxtrot ist gesichert. Ich fordere aber trotzdem nochmal eins an. Einfach hier, um das Gebiet, genau hier dieses, äh, Mike, das Nachschubgebiet Mike zu sichern. So, wo haben wir denn? Da. Zack, und du fährst da rein, genau. Gut, ich mache es wieder so, dass ich mir eine kleine Armee, ähm, hier sichere. Genau, erstmal unterstütze ich meine Fahrzeuge. Okay, das ist hier. Und dann schicke ich hier nochmal zwei hin. Und diese Jupiter schicke ich dann gleich mit, wenn es darum geht, dann hier Mittelhausen zu sichern. Ich möchte eigentlich gerne mal auf gut Glück meine Artillerie feuern lassen, hier in das Gebiet Delta. Vielleicht können wir ja das, äh, äh, na wie heißt es denn, ähm, das Kommandofahrzeug irgendwie, äh, schon mal vernichten. Gucken wir mal, ob wir überhaupt da hinten hinkommen. Ne, sieht nämlich nicht danach aus. Ich glaube, so weit können sie nicht feuern, oder? Was haben wir denn da? Haben die auch schon was abgekriegt? Ne. Hm, okay. Na gut, die müssen, glaube ich, erstmal Munition wieder auftanken, die guten. Und dann können sie wieder feuern. So, die Einheiten-Info natürlich wieder an, damit wir unsere Einheiten auch... Na, geht das gut? Munition, Treibstoff, Ersatzteile, alles was sie wünschen. Äh, ne. Fahrt mal bitte hier unten lang. Ich glaube nämlich nicht, dass das gut geht. Jetzt fahren sie doch oben lang, ne? Ist egal, so, dann schicken wir sie hier unten lang. So. Zack, zack. Jo. So. Dann wollen wir mal gucken, was wir noch an guten Truppen hier haben. Infanterie natürlich mit. Jäger. Ein Trupp Jäger hätte ich gern. Dann. Natürlich Panzergrenadiere. Dann. Holen wir uns auch noch einen Trupp von denen. Und dann natürlich etwas schwereres. Dann müssen wir leider die nehmen. Ich hoffe, das macht nichts. So, wenn ihr noch ein Aufklärer kommt natürlich mit. Die Welt besteht aus zwei Arten von Menschen. Artilleristen und Zielen. Ja. Ich glaube, soweit können die auch gar nicht feuern, oder? Ja gut, wir haben jetzt auch kein Ziel. Können wir angreifen. Geht das? Okay. Ne, zurück. Hier hin. So, wie sieht's aus? Ich glaube, wir haben alles. Unser Aufklärer ist natürlich auch dabei. So. Dann soll es erstmal dahin gehen, Mittelhausen einzunehmen. Rauer Untergrund. Denn wir müssen ganz schnell hier hinten dieses Nachschubgebiet der Feinde irgendwie eliminieren. Ganz genau. So, schicken wir alles mal nach vorne. Hat jemand ein Taxi gerufen? Raten auf neue Befehle, Kommandant. Wie lauten Ihre Befehle, Kommandant? Rücken auf Koordinaten vor. Ist voll in Zamping? Ich bin ganz hoher. Da kriegen wir schon wieder Besuch. Laut und deutlich. Haben Sie was für mich? Hat jemand ein Taxi gerufen? Neue Befehle, Kommandant. So. Okay, was ist los? Jetzt müssen wir kurz diesen feindlichen Angriff noch abwehren. Das scheint uns auch zu gelingen. Eindeutig. Wie lauten Ihre Befehle, Kommandant? Gut. So. Ja, da geht's nicht auf den Weg. Okay, was ist los? Wie lauten Ihre Befehle, Kommandant? Dann müssen wir das etwas langsamer machen. Ich sage, der einzige guter Rekki ist ein totes. Sollen wir wen mitnehmen? Jetzt können wir auch verrücken. Diese Jupiter schicken wir mal hier zu dem VEB. Und die Jupiter schicken wir hier vorne hin. So. Denn diese beiden VEBs sind schon längst leer. Ich glaube, wir können aber noch ein paar anfordern. Was haben wir denn hier? 20 Stück haben wir noch. Und hiervon haben wir 5. Das ist ein Kommandofahrzeug, genau. Gut, okay. Alles klar, dann geht's jetzt da ran. Da rein. Einsatzbereit, Kommandant. Hören Sie mich? Folgen Sie mir oder gehen Sie mir auf den Weg? Hinten wir vor. Irgendwelche Kunden für eine Taxi-Tour. Zu Ihren Diensten, Kommandant. Raten auf neue Befehle, Kommandant. Wir rücken weiter vor auf Mittelhausen. Wir wollen erstmal hier rein. Und dann uns hier rein. Und wenn das so weit geklappt hat, müssen wir es irgendwie schaffen. Ich denke mal, dass hier auch noch ziemlich viel Bewachung sein wird. Aber wir müssen uns irgendwie vorkämpfen, um dieses Kommandofahrzeug da zu eliminieren. Okay, wir bekommen schon wieder Besuch. Ach, du ahnst es nicht. Ausladen, raus. Panzer Grenadiere, ab nach vorne, ab ins Gebüsch. Hopp, 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 hopp. Wollen wir wen mitsehen? Ich bin ganz froh. So, ihr braucht mal Deckung hier. Wir bekommen nämlich schon wieder Besuch. Ich hoffe, dass wir die schnell eben eliminieren können hier. Komm, Panzerabwehrsachen. Ich brauche euch. Panzer Grenadiere. Zack, packt sie euch. Wir haben schon einen Marder verloren, wie ihr seht. Okay, die wollen, glaube ich, Mittelhausen schützen. So, wie es ausschaut. Das versuchen wir aber zu verhindern. Okay. Ich glaube, das ist unser Stichwort. Weiter vorzurücken. Müssen wir mal schauen, wie wir das machen. Jawohl, Kommandant. So, ihr steigt mal wieder ein. Wie lauten Ihre Befehle, Kommandant? Verstehe Sie klar und deutlich. So, ich gucke jetzt mal hier, dass wir ganz schnell irgendwie hier in diese Baumreihe kommen. Sofern wir nämlich das hier gesichert haben, haben wir nur noch die Einheiten, die hier in den ganzen Gebieten lauern. Sofern dieser letzte Nachschubspunkt von den Feinden gedingst ist, ja, erobert ist. Oder auch nur neutral, wie dieses weiße Feld hier. Ähm, somit haben die einfach nur noch Einheiten, die hier auf dem Felde sind und können keine neuen Einheiten rufen. Deswegen müssen wir das jetzt ganz schnell unterbinden. Den sollen wir für Sie transportieren. So. Irgendwelche Kunden für eine Taxi-Tour. Dann mal vorwärts. Haben Sie was für mich? Rücken auf Koordinaten vor. I say the only good wreck is a dead one. We'll get a battle up from there. So, weiter vorrücken mit euch. Okay, was ist los? Da ist ein VEB, das ist wunderbar. Wenn es dann hier drum geht, äh, können wir auch versuchen, nämlich dann hier, äh, die Einheiten langsam abzuziehen und dann hier die ganzen Gebiete einzunehmen. Das sollte eigentlich hinhauen. So, wie sieht's aus? Speer vor. Ich würde sagen, wir umstellen erstmal. Okay, da rücken schon wieder Feinde an. Also alles nach vorne. Irgendwelche Kunden für eine Taxi-Tour zu ihren Diensten, Kommandant. Die wollen uns flankieren hier durchs Waldgebiet. Wie viel haben wir denn noch hier? Vielleicht sollten wir uns auch mal einen Unterstützer hier holen. Okay. Das ist gut. Man kann unsere Reihe hier gleich feuern. Raten auf neue Befehle, Kommandant. Na, wo wollen Sie hin hier? Meine, meine Fresse. Den sollen wir für Sie transportieren. So, ausladen, raus mit euch. Zug ist in Formation und Einsatz bereit. Irgendwelche Kunden für eine Taxi-Tour. Okay, es geht schon los. Aber ihr habt euch verraten. T72G. Kommt schon, Jungs. Okay, wir merken, dass sie hier auch schon schießen. Okay, die fliehen. Und die kommen wieder zurück. Schweine. Okay, wandelst du. Bein, auf. Zwei-Marder. Hat jemand ein Taxi-Ko? Ausladen, raus mit euch, Jäger. Der Feind ist in Reichweite. Wir aber auch. So, jetzt ist es da dran, die Stadt zu stürmen. Jawohl, Kommandant. Und da kommen auch schon wieder neue. Spotten Sie es einfach aus. Keine besonderen Vorkommen. Kommst du bitte hierher. Irgendwelche Kunden für eine Taxi-Tour. Okay, wir versuchen so schnell wie möglich hinzukommen. Ich gucke mal, also dass ich hier irgendwie mit dem... Boah. Knapp. Da mal rein. Dass ich so einen Blick hier in die Stadt habe, wenn meine Truppen hier jetzt aufräumen. Dann... Gut, die Jäger schießen schon hier, wie wild. So, bitte. Oh, Leute. Komm, 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 komm. Gib Gas. Ja, komm, 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 komm. Okay, unser Speer ist dahin. Holen wir uns einen neuen. Ich würde hier irgendwie gerne ein... Wo wollen wir sie denn? Mich jetzt ganz blöde hier. Aufklärer. Und zwar muss ich... ...einen Hubschrauber haben. Leos, rein, kommt. Irgendwie muss ich jetzt was machen hier. Ich bin ganz schön aufgerieben hier. Da sind auch Schützen drin. Mein Gott, scheiße. Ich glaube, der erste Angriff geht schief. Sie lauten ihre Befehle, Kommandant. Ich bin sehr leid. Ich bin sehr leid. So, entschuldigt, wenn ich gerade ein bisschen leiser bin. Das geht gerade gut hier. Die schicken aber auch alles. Die schicken auch alles, was sie haben. Also ich glaube, ich muss erstmal... Hier. Ich muss hier drüber. Ich muss das unterbinden. Am besten gehe ich hier in das Waldgebiet. Ich muss hier hinten, Kommandant. Zieh dich mal zurück hier. Auf dem Weg zu den Koordinaten. Over. Oh Mann, Leute. Das ist... Das ist tricky. Das ist wirklich tricky. Okay, ich glaube, jetzt kommt der... Hat jemand ein Taxi gerufen? Gegenschlag. Ja, Kommandant. Führen Sie mich, folgen Sie mir oder geben Sie mir auf den Weg. Jetzt kommt der versuchte Gegenschlag. Das war klar. Wir nutzen jetzt alles. Sollen wir wen mitnehmen? Hier rein. Geben Sie Gas weiter. Wir haben es eilig. Irgendwelche Kunden für eine Taxi-Tur. Der Feind ist in Reichweite. Wir haben es diensten, Kommandant. Im Einsatzbereich, Kommandant. Der Himmel gehört uns. So, weg mit dir. Gucken wir mal, ob wir das schaffen hier. Die Artillerie verleiht der hässlichen Knapperei des Kampfes etwas wirken. So, ich brauche Artilleriefeuer als Unterstützung. Wo sollen wir hin, Kommandant? Artillerie, ich brauche dich hier. Das muss klappen. Die Jungs müssen Bammel kriegen. So.